Warte mal, Muku ist da hinten, oder? Hah! Not bad, huh? Ha! What shall I do with you? Well, I'll take it from here. Die! Gah! 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 Straight! Let's keep moving forward. Ich weiß gar nicht, was ich alles erzählen soll, alter, weil das ist relativ einseitig alles, ne? Buch von Wasser und Wind. In diesem alten Buch ist das Ergebnis. Sie leben in einem lange Studium und du bist zwischen Künstlern des Magers direkt den Titel zur Kronenpresse. Und was heißt das? Okay, da geht's wahrscheinlich zum Monsternein, ne? Imperiale Salve. Okay, schauen wir mal, was das Monster spricht. Was sind das, alter? Hasenmenschen? Ne, Echsenmenschen. We got this. Echsen-Dame? Echsen-Mann. Was? Oh, scht! Oh, scht! Oh, scht! Die! Stay vigilant! das betäubt, wenn ich jetzt draufhau, ist das so ja ich werde das die ist jetzt dran, ne? killt er die? ja du bist okay? danke, lass es mir was soll ich mit dir tun? mein turn wow, was war das für eine Attacke, alter? ja 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 3. Sprech! Meine Zeit! Mein Bewegung! Schau! Eine würrige Spart. Dein Gehirn ist dein größtes Mussel. Meine Kolleginnen und Kollegen beraten, dass du die Fienden aus der Minden gefahren hast. Das ist wunderschöne Nachrichten! Jetzt kann ich meine Schraube holen und zurück in die Minden in der Minden gehen. Nizel wird verraten. Dieses Ort ist mein Haus jetzt. Natürlich kann ich das. Ich habe nur einen richtigen Weg nach Süden und gehe direkt über die Lüden-Highlands. Es ist leicht zu sagen und zu tun, Lowe. Ich habe es hier wirklich gar nicht in der Minden gefahren. Sei vorsichtig da draußen. Und wie für mich? Nothin, aber endless riches erwähnt. Hahaha, du hast mir ein solides, Stranger. Die Minden befreit und die Einnahmen des Kaiserreichs erhöht. Einnahmen? Was für Einnahmen? Ich krieg Geld? Hä? Was? 119 Jahre später? Was zur Hölle? Wenn die Geschichte fortschreitet und bestimmte Bedingungen erfüllt werden, finden Zeitsprünge statt. Nach einem Zeitsprung geht die Geschichte weiter. Ein neuer Kaiser führt das so mächtigste vorangegangen Generationen vor. Auch die Welt kann sich durchwandeln. Die Völker und Länder mit der Zeit verändern. Nein? Der schaut aus wie der eine. Dann muss ich nochmal laden und aus der Mine rausgehen. Das könnte ich vergessen. Aber ich will eigentlich noch diese Burg machen. Das ist ja ätzend. Leichte Infantriebe, schwere, leichte Waldläufer, Waldläufer und Kampfkünstler. Ihr könnt nicht einfach jetzt plötzlich 119 Jahre vorspringen? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Und wie alt ist denn eigentlich der Kaiser geworden, Alter, wenn das nach 119 Jahren erst ist? Kurze Pause, ich hör mal kurz auf. Und laden auch mal neu. Wir sehen uns gleich wieder in der Mine. Okay, Glück gehabt. Ich muss die Viecher auch nicht mehr bekämpfen. Der letzte Speicherpunkt war ja... Äh, Autos speichern hier. Ich bin auch mal ab in die Schmiede. Wir haben zu Ende mit deinem neuen Werkzeug gemacht. Jetzt, was müssen wir dann zuerst machen? Wir arbeiten Tag an. Wir erwarten deine nächste Besuchung. Da fällt mir ein, da war doch gestanden, dass das irgendwann in den normalen Händlerdingern geht, ne? Kann man das jetzt, wenn wir es auch kaufen? Wieso, hallo? Oh ja, da ist eine Gesichtsmaske. Oh ja, da ist eine Gesichtsmaske. Mal eine Unendliche Auflage? Aber nicht alles. Egal. Gehen wir da hin. Aber 119 Jahre ist das wirklich viel, oder? Und dann? Aber das ist das, was wir wollen. Oder? 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 Mein Freund! Ich meine, Ihre Majestätin! Es nicht sicherlich zu sprechen hier. folge mir! Das hat ja der König gesagt doch nicht mehr viel, oder? Das hat ja der König gesagt doch nicht mehr viel, oder? 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 Das? Man hört sich keinen Charakter vor über uns! Das ist ja der König und Recht mit uns! Aber, Pablo, würde sie keinen Charakter von uns! Na ja, Verteidigung des Tores, das sieht wirklich robust aus. Ne, die sind zu stark, also vor allem, weil vielleicht wo oben welche sind, ne? Da, wie sie auch immer extra kleine Katze dazu gemalt hat. War dir denn was von dem Labyrinth gemeint? Da ist kein Labyrinth, das ist ein Weg. Achso, da ist ein Labyrinth. Alter. Das ist unsere Chance. Zäh, zäh. Zäh, zäh. Boah. Zäh, wie ich dachte. Bleib vigilant. Okay. Wir sind eher Dämonen schon fast. Das KI-Explosiv war halt voll übertrieben, einfach so Patsch, Alter, komplett weg. Da ist kein Spiel für uns. Bereit für Flammen! Great! Was soll ich mit dir tun? Oh. Das ist eine Flammenbeitsche. Hat er ne Chance, das Ziel zu leben. Ah, okay, das war das. Ja! Wie ist das? Ha! Ha! Ah, Knüppel ist eine Schwäche von ihm. Don't worry, just as I thought, that takes care of that. Hey, Kompel. Warum ist das so ein Hase? Dieser Hase? Ich gehe jetzt! Der letzte Blut! Kann ich? Der letzte Blut! 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 Wie ist das? Jetzt! Jetzt! Ich würde lieber einen Tritt benutzen! Da geht's! Aber so lange ich meine... Ist das nicht krieg, was der da bekommen soll? Ich würde mich jetzt, die Blut zu machen. Oh, da ist das? Da ist das. Und wenn ich weiterleberen will, doch... Ich bin sicher, nicht. Es gibt keinen Platz für uns. Warte! Es ist meine turn. Ich nehme es von hier. Gehe! Meine turn, oder? Ja! Verlust der Energie. Ich bin gespannt, ob es normal ist, dass es immer so... Er pfeift auf den Markt hier. Es gibt keinen Platz für uns. Kitsch dich? Ne, Kiesch dich. Seid meine Leid! Final blow! Kann ich? Gehen! Ja! Great! Ich wünschte, dass mein Vater und Viktor sehen können, wie weit ich gekommen bin. Ja! Okay, das ist nicht irgendwo was versteckt, oder? Aber warte mal, jetzt kommt es zu mir erst, die war ja halt wirklich. Ja, es ist mein turn. Was soll ich mit dir tun? Ich nehme es von hier. Ja! Jetzt! Ja! Guck! Ja! Das bringt nicht mehr viel, wenn wir die Zwecke gebrochen haben. Nicht bemerkst. Es ist so wie ich dachte. Auf den nächsten. Die sind aber auch schon auf 15. Warte mal, ich sehe es, der hat zwei Stäbe? Da sind wir nicht für uns. Prepare für mich! Going! Ich nehme es von hier. Die! Ich bin auf! Jetzt! Es ist mein turn. Ja! Was ist das? Bleib vigilant! Los geht's! Ja! Und du wirst ja auch einfach nennen, oder? Zeit auf dem Weg! Besteuerungen und das Besteuerung! Ich werde die Stäbe Liberierung im Avalon innehalten lassen. Okay. I'll take it from here. Time up. Ja, time up bitch. Bam. Oh. So. My turn. Leave it to me. There we go. Now, what if this boils? The ability of the old people? That's right. That's right. There's no chance. I'm going in. For the glory of the Empire. I'll take it from here. Die. Die. Sweet. So long. Our Empire shall never falter. Your brain is your biggest muscle. Your powers are mine. Technik schadens bloß. I always forget that you have to learn the whole game. I think I know. And I don't know if it's like there's no changes to there. So. Fällt doch gar niemanden auf, Alter, dass da voll die riesen Marschierungen sind. Ah, Griffschlagen. Wow, mit Erdlängen, geil. Jetzt hauen wir sie locker weg, Alter, komm, Trittling. Let's keep moving forward. Everyone, form ranks! Ah, now! Huh, my turn, huh? Sweet! Warte mal, da ist dahinter ja auch noch einer. Weg mit dir. Fuck, der kann halt überleben. So long. Huh, I'm up. My move. Was heißt, mag ich denn im Prinzip jetzt auch? Yes! Ha! Leave it to me! It's my turn. Das ist schon nicht klar, Alter. Kleiner Tagsack. Ich mauele, das halbe Spiel auch noch bloß drüber, dass die nichts kriegt. Anima-Gebräu. Anima-Gebräu. Oh. Let's go! Follow my lead! This end rate! Ha! My move. Ha! Ha! Uh. Get it! Uh! Huh! 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 So lange! Okay, wir kämpften heute gut. Da hat der König gewohnt oder was? Alter, da ist die Schatzkammer, warum ist die Scheiß einfach offen? Sternstein. 200 auf dem Kronen. Äh, ausrüsten. Die Schatzkammer. 3 spitz sondern geht aber deswegen